Amt Scheiß, das kann sein. Ähm. Ich will kurz ein bisschen Action. Du hast, du hast grad nicht etwa die Spitzehack aus der Hand genommen? Nein, hab ich nicht. Nein, los! Gib mir deine Steine. Bum, mehr hab ich nicht. Ah, du restbehaltig! Ich mach hier einen Weg aus Stein. Kannst du sie abholen. Ui. Hier sind noch ein paar. Ja, iss, mach hin. Mach los! Ich ess dann. So. Mann, Mann, Mann. So. Upsala. Warte mal ganz kurz. Ah, Mann, ey. Cool. Ich muss hier mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Nein, musst du nicht. Dann packst du es mal. Ja, da sind wir schon wieder back in Action, würde ich sagen. M-mh. Ah. Mann, ich brauch Eichenholz. Ich hab aber kein Eichenholz. Einfach ein Eichenholz. Das wäre eine gute Idee, wa? Deutsch ist gleich ein Genius. Ja. Maurice bräuchte Eichenholz. Hö, hö. Ja, weißt du das? Ich seh's dir schon an an deinem gierigen Blick. Scheiße. Ich wusste, das ist eigentlich so wichtig. Ich sollte wieder meine Katze des gestorbenen Blick aufsetzen. Der zieht einfach nicht mehr, Maurice. Aber ich hab zwei Katzen. Der andere ist grad eben gestorben. Ja, das tut mir natürlich sowas von nicht leid. Ich glaube, dass du jetzt das... Das war... Das war... Das war absehbar. Das war absehbar. Ja, das... Was, das war absehbar? Willst... Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Tut mir leid. Hrrrrrrr. Ein Punkt ist genau aus, wenn du starbst. Gib's reich, du werber Mensch. Du musst deine Hunde nicht mit Raffengift vergiften. Komm, du dich mit der Tour regen. Kann man Teppichböden eigentlich nicht färben? Doch, klar. Oder man muss es davor machen. Oh nö, man muss es davor machen. Natürlich. Kann Teppichböden wieder zurückcraften? Natürlich nicht. Toll. Das wäre ja kompetent. Das wäre ein Minecraft-Kompetent. Seid spiel. Oh Mann, der war fies. Ja, ja, ich warte dann mal. Du kannst das Schafsgehege eigentlich abreißen, oder? Nee, ich brauch noch Wolle. So. Das müssen wir irgendwie mal versetzen. Das ist nicht so'n schönen Weg drumrum zu brauchen. Nein, den Weg sonst gar nicht drumrum. Das wäre ja P-abreißen. Nee, wir müssen das Schafsgehege einfach mal umsetzen. Weil Wolle kann man immer gebrauchen. Ich wollte sagen, das kann man immer gebrauchen. Tamogo, der ist jetzt mal gepflegt, die Fresse, ey. Man, man. Wer hätte überhaupt gestattet zu reden? Mein Nachbar. Oh, da ist Tamogo schon weg. Weil sein Internet kacke ist. Oh, der hat mich so sehr beleidigt. Neidig. Genau. Fuck, jetzt hab ich wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Es ist immer so schlimm, wenn man zehn Sachen auf einmal macht in Minecraft, dann vergisst man immer, was man eigentlich machen will. Stimmt nicht. So. Sag mir das mal an, Patrick. Was soll ich dir an Sachen? Ja, wie ihr das mit dem Gehege hier wollt, dann baue ich den Weg anders. Entscheid du, wo das Gehege hin soll. Nein, danke. Das ist ja nicht. Also meinetwegen kann es eigentlich noch da bleiben, aber wenn Exus weghaben möchte, versetzt es halt irgendwie hier ein bisschen. Habe ich eigentlich nicht gesagt, dass jetzt muss es noch nicht weg. Also ja, dann würde ich sagen, lassen wir es einfach noch ein bisschen da, bis ich hier genügend Wolle gesammelt habe. Ich hab nur gesagt, dass er nicht den Weg drumherum bauen soll, weil das ist unnütz. So. 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 Aktion Pikes, Haus kann starten. Oh doch. Komm, wir brauchen ein Thema, was er wieder als Überschrift das Video nehmen kann. Ja, so eine reißerische Überschrift wie Minecraft macht drogenabhängig. Ja komm, die Überschrift war gut. Ja, wirklich gut, da hab ich dich direkt auf angesprochen. Das ist immer so was von mir kommt, was kreatives, was ich ja nie erwarte. Okay, warte, wie wär's mit noch einer besseren Überschrift jetzt für den Part hier? Ähm, wie wär's mit, ist Gronkh tot oder warum kommt kein Minecraft mehr? Genau, ist, nein, genau, ist Gronkh tot. Nein, nein, du musst nicht mehr sagen, Gronkh ist tot, muss ich beschreiben. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Hater ich mir dann damit hole. Und dann kommen wieder die ganzen kleinen Kinder. Äh, Gronkh ist nicht tot! Jetzt schon! Mhm. Spätestens nach dem Gronkh auf der Gamescom begegnet ist wird er tot sein. Oh mein. Gehst du dir das ja hin? Ich denk schon, mit Passi wahrscheinlich. Achso. Dich hört man gerade ganz, ganz leise. Das ist scheiße. Ja, in der Tat. Warte, 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 ich mach das nicht. So, hast du mich jetzt ein bisschen besser? Ja, jetzt bist du ein bisschen lauter. Also, hast du eigentlich ein Headset oder wie wie ein Großmembraner? Großmembran. Ah. Hab ich ja vorhin schon gesagt. Hab ich nicht zugehört. Ja, gut, dass du mir wieder nicht zugehörst. Nein, Spaß. Hä, seit wann hast du das? Schon etwas länger. Was? Schon seit ein Jahr oder so. Hast du das, was die ganzen Let's Player benutzen, dieses T-Bone irgendwas? Nee, 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 nee. So ein tolles wollte ich mir nicht so anfangen zu legen. Achso. Ich hab ein recht simples, einfaches. Also Kevin, wenn du möchtest, könntest du ein bisschen... Cobblestone organisieren. Und dann hier mir helfen, den Boden mit Cobblestone auszulegen. Hm. Das wäre äußerst freundlich. Nein, wäre es nicht. Außerdem, Freundlichkeit, das ist ja im Landstream, sowas geht ja nicht. Reißen wir's raus. Oder? Was? Reißen wir's raus. Ja, wenn du meinst. Mhm. Exo, darf ich euch in einem Keller dann leben? Nein. Ah, war ja klar. Ich dachte, als Sklave habe ich wenigstens recht auf Keller, aber nein. Obwohl, ich wollte einen Ehenkerker hinbauen. Ja, der gehört mir. Der gehört mir. So ein Loch, wo du in deinen einen Exkrementen wählen kannst. Ja, ja. So ein Folterkeller mit diesen Ketten zum Aufhängen. Ja, bitte. Bitte, ja. Die Guillotine, die mir denn bitte Angst macht, will ich auch. So was glaub ich. Nein, nein, nein. Das von so S&M Spielchen mäßig. Ja, das natürlich auch. Richtig gut. Dann baue ich aber einen anderen Sklaven. Nei dich. Ja, du baust halt zwei Zellen. Ich hau den. Digga, wo ist der andere? Ich mach dich kaputt. Du baust halt zwei Zellen, hat jeder eine. Jetzt kriegst du nicht mal so ne Latex Rüstung. Wir haben ja nicht mal Pflastersteine. Haben wir nicht mal mehr Pflastersteine? Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich Tamoge eine italische Spitzsacke gegeben. Ich wollte gerade sagen, Tamoge, mein Sklaven-Schatzi. Ach, deiner will ich. Nein, der ist doch nicht mit meinem Keller fertig. Geil. Riecht ziemlich geil wie euch. Wenn du ganz lieb bist, bekommst du bei mir auch ein Kellerzimmer. Okay, dann bekommst du bei mir keinen mehr. Du musst dich entscheiden. Ja, bekomme ich bei dir einen keinen. Ja. Möchtest du lieber in Exos Bruchbude leben oder in meinem Palast? Ich beantworte das mal, nachdem ich hier, naja, nachdem ich mein erstes Heim sicher habe, beantworte ich das. Also wenn du sagst, du ziehst zu Exo, dann baue ich dir keinen Zimmer. Nein, nein, nein. Ich ziehe natürlich zu dir. Weißt du doch. Gut. Gute Entscheidung. Aber ich tue dir dann ein Dachbodenzimmer bauen, ja? Geil. So ganz oben, dass du erstmal 30.000 Stufen laufen musst. Dann hast Kevin bei mir wo, dann spielen wir gegen euch beiden. Schönen Fahrstuhl. Mach mir bitte so einen Redstone Fahrstuhl, das wirst du schon erwähnt. Du bist der Redstone-Frau. Nö, ich mach dir keinen Redstone-Fahrstuhl. Du musst die Treppen laufen und damit dein Popo schön knackig bleibt. Der ist knackig genug. Davon muss ich mich... Ja, okay, der ist etwas zombig, aber ich kann es gerne ändern. Davon muss ich mich überzeugen, dass dein Popo schön knackig ist. Warte, ich komme mal kurz, ich habe jetzt Lust drauf. Warte, ich will dich jetzt. Oh Gott, ey. Wo bist du denn? Oh, geile Hütte. Ich glaube, ich kündige morgen. Geil. Du hast kein Recht zu kündigen. Du? Party, Party, ey. Ja. Wo bist du? Ah, da. Hier. Oh ja, der ist knackig. Ja, siehst du. Warte, ich mach mal kurz. Ist der denn auch prall? Ja, der ist schön prall. Guck jetzt. Oh ja. Nächste ist schön. Ein bisschen grün, ne? Oh. Ist noch ein bisschen vermost und so alles. Wollte ich dir nur zeigen. Jetzt muss ich mir meine Arbeit geben. Oh, hier ist eine Spinne. Geil. Erstmal tot. War am, Digga. Alter, wer war das? Ein schönes Skeletz. Okay, gar nicht. Mr. Exorites, ich hab ein Geschenk für sie. Ähm, dauert mich so ein Geschenk für sie. Gut, dass du hier so dunkel machst. Ist ja dann, okay. Können Monster spawnen auch noch mal. Macht den Flames. Okay. Ja. Ja. Das ist jetzt ziemlich geil. Ich fühl mich hier unten wohl. Krieg ich noch ne Fackel oder so? Okay. 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 Also irgendwann welche sterben. Ich weiß ich jetzt schon, aber egal. Ich konziele mit meiner Arbeit. Oh, sehr gut. Das ist ein bisschen. Halt! Ich habe sogar geflogen. Weihalt! Oh Gott! Gib ihm neue Steine, bitte. Ah, mehr. Mehr! Was? Kann ich so. Ich weiß ja nicht, wo die Ecken vom Haus sind, weil du mir das Ding so hinbaust. Das war jetzt. Mehr mit Läufer und Zweifeln. Hm, 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 puh. Genau, Patsch, ich pflanze einfach mal den Birkenbaum in deinem Haus. Ja, ich wusste nicht, wohin mit dem Setzling. Exo? Bitte? Ähm, kann ich an dem Rand von deinem Haus erstmal das Holz wegzimmern, das weiß ich nicht. Naja. Sehr gut. Du brauchst nachher wieder hin, sonst weiß ich nicht, wo die Grenze ist. Also am besten nur die Ecken ab, das reicht ja doch eigentlich. Ne, das ist ja zu kompetent. Na, bleibst schon einmal daneben mit dem Gewalt zu verwischen. Warum liegst du keine Blöcke, Patrick? Weil Blöcke kacke sind. Außerdem muss ich dann keine doppelte Decke bauen, wenn ich hier einen Keller drunter lege. Okay. Hm. Den kannst du aber nicht abbauen, ne? Was? Den Pflasterstein. Hä, wie meinst du das jetzt? Musst du doch ne doppelte Decke machen. Ne, ne, ich will ja unten im Keller als Decke den Pflasterstein haben. Achso. Kellergewölbe halt. Kellergewölbe halt.